Fädel den auf die Nadel, noch mal, das war nichts. Und dann nähe ich zusammen und zwar ich ziehe die Maschen zusammen. Ich steche immer auf der rechten Seite ein, also wir nähen jetzt zusammen. Ich gehe immer in die rechte Seite meines einen Teiles und gehe rüber in die linke Seite und ziehe es zusammen. So, das wäre jetzt der Pink gewesen, weil jetzt Orange kommt. Ich nähe auch jeweils mit der richtigen Farbe zusammen, sonst sieht man die Naht so unschön auf der anderen Seite. Und das leuchtet durch, also ich mache es lieber so. Jetzt nähe ich wieder Orange zusammen, auch von rechts nach links rüber. Dann habe ich einen Faden, den muss ich aber vernähen. Dann gehe ich in meinen Strickteil, in Orange, gehe hoch und runter, wieder mal ein Stückchen zurück, hoch, runter, hoch, runter, ziehe es ein bisschen rüber, aber nicht zu weit nach unten, weil sonst würde man den Faden auf der anderen Seite sehen. Und ziehe das durch, gehe wieder mal zurück und vernähe so meine Fäden. Das ist ganz wichtig, dass es gut hält. So, mit Pink würde ich dann hier verschließen, hier nochmal mit Orangen, oben dann mit Grün. So, danach bitte alle Fäden gut vernähen und abschneiden. Das wäre jetzt die Grundmütze mit unseren schönen Ohren, die zugehegelt sind. So, und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie wir das erste Ohr machen. Dazu nehme ich eine Rechtsrestwolle in Schwarz und mache fünf Luftmaschen. Ich verdrehe einfach nur hier unten, andere haben da eher zum Fangen der Masche, aber das geht ganz einfach. Ich habe meine Öse, Hals fest, ziehe einmal durch und habe meine erste Luftmasche. Dazu brauchen wir jetzt fünf Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt gehe ich in die allererste Masche hinein, ziehe mir eine Masche raus und die vordere ziehe ich durch die lindere und schließe so das runter. So, jetzt mache ich zwei Luftmaschen. Eins, zwei, so, jetzt haben wir hier fünf Luftmaschen und wir machen jetzt da zehn feste Maschen in den Ring rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, neun, zehn. Wichtig, da sind die zwei Luftmaschen, die wir gefangen haben. Da gehen wir einmal hinein, ziehen uns eine Öse, die vordere Öse durch die hintere Öse und wir haben die Pupille. So, den Faden schneiden wir etwas großzügig ab. So, jetzt nehmen wir weiß oder eine andere Farbe, die euch gefällt. So, wir machen zwei oder drei Luftmaschen. Eine, zwei. Warum zwei oder drei? Jeder häkelt andersher, manche ein bisschen lockerer, manche ein bisschen fester. Meine Stäbchen sind ein bisschen fester. Mit drei Luftmaschen wäre es einfach zu hoch. Ich nehme zwei, das müsste bitte ausprobieren. So, jetzt machen wir Stäbchen, einen Umschlag drum, in die erste feste Masche hinein. Wir ziehen eine Schleife, wir haben drei, wir ziehen durch zwei den einen Faden und durch die letzten zwei auch. So, Muster vom Auge ist jetzt so, wir machen in eine feste Masche zwei Stäbchen, dann nochmal zwei Stäbchen. Und in die dritte Masche machen wir drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. So, jetzt machen wir wieder zwei Stäbchen. Eins, zwei, wieder zwei. Also geht immer zwei, zwei, drei, zwei, zwei, drei. So, jetzt wieder drei, eins, zwei, drei. Jetzt wieder zwei, eins, zwei. Noch rausgerutscht. Jetzt wieder drei, eins, nee, war falsch. Ich habe jetzt einmal zwei. Also drei, zwei, 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 jetzt drei, eins, zwei, drei. Jetzt kommt auch immer darauf an, wie dick die Wolle ist, wie fest oder locker man häkelt, das ist ganz unterschiedlich. So, wir haben nochmal zwei, eins, zwei und nochmal zwei. Und dann schließen wir gleich die Runde. Ich zeige das, damit es schön ordentlich wird. So, da haben wir unser erstes Stäbchen, da gehen wir hinein, ziehen uns nur eine Öse und diese Öse durch die Weiße. Und schon habt ihr gelernt, wie man einen tollen Kreis häkelt. Das Schwarze ziehen wir einfach noch ein bisschen runter hier und dann geht er so. Wir schneiden einen wirklich großzügigen Faden ab, weil wir damit gleich dann auch das Auge dann anlegen können, wenn es fertig ist. So, jetzt ist euch überlassen, welche Farbe ihr gern drumherum machen möchtet. Gut, also ich nehme bei dieser Mütze dann pink, beim anderen habe ich neongrün genommen. So, wir machen jetzt feste Maschen, eine Luftmasche, ich meine, wir brauchen wieder zwei, also ich brauche eine. So, und dann häkeln wir eins, zwei, drei und jetzt da zwei, eins, in eine Öse zwei. Jetzt kommt wieder eine nur, eine, eine und dann wieder zwei, damit wir die richtige Weite für unser Auge haben. So, wieder eins, zwei, drei und jetzt wieder zwei in eine Öse vom Stäbchen. Wieder eins, zwei, drei und zwei in ein Stäbchen. Gleich ist die Runde auch schon wieder fertig. Eins, zwei, drei, jetzt wieder zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei, eins, zwei, dann machen wir hier noch eins. So, und da noch eins. Und dann schließen wir immer die vordere rein, eine Öse ziehen, eine Schlaufe, die vordere durch die hintere. So, wieder ein bisschen abschneiden. Einmal hier durch, umschlingen, durch die Öse durch und den Faden durchziehen, feste zuziehen. So, jetzt ist die Frage, ihr sagt euch, mir reicht das Auge so, dann näht ihr es so auf. Oder ihr sagt, nö, ich mag das eigentlich mit dem Puscheln ganz gern, dann zeige ich euch, wie das geht. Wir nehmen eine feste Masche, die Öse davon, nehmen unsere Franzowolle, ziehen die durch und machen eine Luftmasche und ziehen es gut fest. So, dann machen wir fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und machen eine feste in die kommende feste Masche. Dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen und eine feste. Und das machen wir, bis das Auge rundherum fertig ist. Das wäre jetzt unser Auge. Dann machen wir das zweite gleich. Und ihr macht eine andere Umrandung, dass ihr sagt, nö, ich mache zwei verschiedene. So, jetzt zeige ich euch den Schnabel. In der Schwarz-Weiß-Gelb, wie ihr das wollt. Der wird auch gehekelt. Dazu brauchen wir jetzt vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt kommt ein Stäbchen. Aber so ein bisschen, also ihr haltet das so fest. Zwei Luftmaschen bleiben hier unten hängen. Eins, zwei und in die dritte stecken wir ein. Ziehen unseren ersten Faden durch zwei Schlingen und durch die dritte. So, jetzt machen wir drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Drehen es herum. Das bleibt immer nach unten unseren Faden. Und machen in diese Stäbchen vier Stäbchen. Eins, zwei, drei und noch ein viertes. So, seht ihr, jetzt haben wir es schon im Dreieck. So, jetzt machen wir eins, zwei, drei Luftmaschen. Und jetzt machen wir ein Stäbchen. Ein Stäbchen. Zwei Stäbchen. Eins, zwei. Ein Stäbchen. Und noch ein Stäbchen. Und jetzt machen wir eine Luftmasche. Eine feste Masche. Und ziehen das hin. So, dann machen wir ein Stäbchen in die Öse. Dann machen wir zwei Stäbchen in die nächste Öse. Eins, zwei. Wir machen ein Stäbchen. Wir machen eine feste Masche. So ziehen das richtig feste. So, Faden großzügig abschneiden. Eine Schlinge durch die letzte Masche. Und durchziehen. So, und schon ist unser Schnabel fertig. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, so ganz schwarz, dann kann man den auch mit weiß oder irgendeiner anderen Farbe noch ganz toll umhäkeln. Wie ihr die Ohren geschlossen habt, so umhäkelt ihr hier dann auch. So, und jetzt machen wir unsere Einzelteile. Wie gesagt, das zweite Ohr. Ja, das zweite Auge, entschuldigt. Dann vernähen wir alle Fäden und dann zeige ich euch, wie die Mütze fertiggestellt wird. Nun wird die Mütze noch fertiggestellt. Ihr habt die Fäden vernäht, ihr habt die Rückennaht geschlossen. Ein Auge habe ich jetzt schon mal festgenäht. Das zweite zeige ich euch. Und zwar nehmt ihr Stecknadel und steckt euch erstmal die Augen fest, in welcher Höhe ihr die haben wollt. Dann habe ich hier den weißen Faden genommen, weil ich es nur mit dem weißen zusammen nähe. Und zwar im weißen bleibe ich, mache meinen Stich nach unten und komme wieder nach oben durch. Die Hand innen rein, damit wir ja nicht die Mütze zusammennähen innen. So, und dann gehe ich wieder ein Stückchen zurück und komme vorne wieder raus. Und wieder ein Stückchen zurück und komme vorne raus. So, und das mache ich rundherum. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich das nicht im pinken festnehhe. Weil ich finde es ganz schön, wenn die Augen sich ein bisschen nach oben wölben. Bei der Mütze und es ist ein bisschen mehr die Möglichkeit, nach dem Kopfumfang, dass es sich mehr bewegt. So, wenn wir dann einmal rundherum sind, dann nehmen wir den Faden locker. Das heißt, wir gehen an einer Stelle zwei-, dreimal rein. Und dann ist es ganz gut, wenn wir nach innen gehen mit dem letzten, ziehen es hier durch und schneiden es dann da ab. So, jetzt wäre das Auge drin und das Auge. Dann haben wir unseren Schnabel. Der ist hier. Und mit dem Faden, den wir übrig gelassen haben, nähe ich den jetzt an. Noch mal eine Anmerkung, wenn ihr jetzt eine Mütze für einen erwachsenen Mann stricken wollt, dann müssen die Reihen noch ein bisschen erweitert werden. Im unteren Bereich drei Reihen mehr, da wären wir bei 21. Und im oberen Bereich zwischen 15 und 18 Maschen dann machen. Und dann passt das auch. Umfang hatte ich ja gesagt, gleich vier Maschen mehr nehmen. So, den Schnabel setzen wir genau zwischen die Augen, und den nähen wir mit dem gleichen Stich an, den ich euch eben gezeigt habe. Und dann wird das noch ein bisschen fixiert. Also ich nähe den Schnabel nur oben hier an, damit er sich ein wenig im 3D bewegt, die Schnabelspitze. Also ich finde es schöner, wer sagt, nur gefällt mir nicht, weil das kein Problem, einfach weiter annähen. Einmal rundherum. Was wichtig ist, also den oberen Bogen näht ihr fest, aber dann geht ihr bitte auch einmal hier gerade rüber. Und dann, wie gesagt, vernähen wir es auch noch ein bisschen, alles auf einer Stelle. Und ziehe es nach innen. Wenn ihr dann aber sagt, oh, die Augen bewegen sich hier ein bisschen zu viel, dann fixiere ich die Augen nur am oberen Schnabel noch etwas. Das ist so ein Punkt, das reicht schon zum fixieren. Also ich nehme mir die Augen, das obere Teil vom Schnabel, so und fixiere mir die ein bisschen ins schwarze hinein, pink nur ein bisschen und mit einem Schlingstich fest. So und dann gehe ich in mein nächstes von unten nach oben und fixiere auch noch einmal. Das ist aber euch überlassen, ich würde es dann mal ausprobieren, ich würde es anziehen und würde es mir dann erstmal angucken. Bei dieser Mütze habe ich dann noch an die Ohren ein paar Puscheln gemacht, das ist genau wie bei den Augen, einfach sechs bis sieben Luftmaschen und dann fünf Schlingen gemacht. Flügel habe ich jetzt hier nicht dran gemacht, wie bei den Kissen, ich finde das ein bisschen zu aufwendig und die Krallen, ihr könnt sie noch dran machen, das seht ihr dann bei meinen Eulenkissen, wie das geht und da könnt ihr sie weglassen. So, das war mein Vorschlag zu einer ganz ausgefallenen, besonderen Eulenmütze. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut wieder mal rein.